Also, Sie wollen sich hier bewerben? Alles klar, sehr gut. Äh, können Sie denn klettern? Das ist doch schon mal sehr gut. Aber erstmal, kann ich Ihnen irgendwas zu essen anbieten? Alles klar, anscheinend haben Sie schon was zu essen gefunden. Wie schnell können Sie denn rennen? Mr. Benny, Sie müssen mir das schon beweisen können. Mir scheint, als würde Ihnen das Interesse fehlen. Ich würde sagen, das war es dann wohl einfach mal mit diesem Bewerbungsgespräch. Viel Glück noch!